So, ja, ein herzliches Willkommen zu LT-Rustikas, Moin DayZ. Ich war da keine Verwüste, du. Mit einem Knall beginnt wieder die Folge und ja, das kann nur der Schoko gewesen sein oder, ne, das war der Redwood. Ja, hau ab mit den Scheißen, ich schwör's dir, ich erschieß dich. Ey, ich stehe da eben, passt so drauf. Ich mein das ernst. Ich hab's ihm auch gemacht. Ja, doch, ihr seid solche Pussy. So, lass mal weiterlaufen. Alter Schwede, der mit seinen Handschellen. Das sind bestimmt die ich da hingeschmissen hab, ne? Ja, richtig. We love mell ich, ey. So, ah, okay, alle da. Kompanie halt, ich muss was essen. Ja, mit auf dem Feld, hast du einander Ratsch oder was? Weißt du, wir halten da extra gerade an, vor keinen 10 Metern, ey. Das ist wie auf Klassenfahrt, ne, da wir auch hier da nacheinander essen, trinken, aus Klo gehen. So, ja genau, ich wollte jetzt eigentlich, ich geh jetzt pinkeln. Genau, das sieht's aus. Sind wir so da? Ja, nein, noch nicht. Für 50 Meter. Nein, der nächste Park wird ja trocken. Oh Mann. Ich muss mal pingen. Also, ich lauf jetzt auf den Trick. Ich lauf jetzt auf den Trick. Ey, das gibt's nicht. Mein Kerl hat schon wieder Hunger. Ja, ja, das kann ich sein, alter Schwede. Alter, ich hab gleich nichts mehr. Alter, wie viel frisst der denn, dein Typ? Ich lauf und lauf und lauf. Meiner sagt nicht einmal Hunger. Ja, meiner ist fett, das musst du bedenken. Ja, gut. Äh, Leute, wo seid ihr hin? Wartet doch. Wir sind jetzt gerade noch zweiter gelaufen. Ich hab doch gesagt, ich muss nicht, ja. Ja, aber wir können doch nicht schon... Ich muss nicht, ja. Guck mal links neben dir, Grimm. Wir können doch nicht die ganze Zeit alle fünf Minuten Halt machen, ey. So viel, so viel ausstoßen kannst du gar nicht, wie du am Fressen bist. Ja, kann weitergehen jetzt. Warte, jetzt will ich was essen. Das wäre ein geiles Let's Play. Ey, willst du mich verarschen, hast du mir jetzt Handschellen angelegt? Nein, hab ich nicht. Alter, ich erschieße dich, ich saß dir. Marta, den Sack in meinem Kopf wäre lustig. Komm weiter. Los auf, ey. Das ist echt nicht lustig, wenn man den Sack auf dem Kopf hat. Darauf wird geschossen. Hört auf. Alles gut, geht weiter. Alter, wir haben einen Schlüssel dabei, man kann die Handschellen wieder aufsperren. Aber ich merke die Handschellen nicht, ich habe meine Waffe, ich kann alles machen, was ich will. Hat dir also nicht viel gebracht. Ich habe die Handschellen gar nicht angelegt. Bei mir stand Choco, äh, äh, Dings. Auf, jubel. Ja, warum habe ich dann die Handschellen noch? Ja, weil du scheiße bist, keine Ahnung, was weiß ich, keine Ahnung. Ganz einfach, er ist ein Hacker. Na, ehrlich, ehrlich, ich bin ein Hacker. Gehen wir zum Schiff, oder nicht? Ja, natürlich, wir gehen jetzt zum direkten Weg aufs Schiff. Wenn wir eine nach dem anderen wie Dominosteine umfallen, das ist mir egal. Choco, ich mach dir vor, gut. Genau, Choco läuft vor, wenn ihr erschossen wird, wissen wir, da ist jemand. Ja, ne, der wird ja nicht erschossen, der ist doch so schießt, wie ich sobald er am Platz vom Baum fällt, der schießt er doch schon. So, ich gehe mit jemandem auf die linke Seite. Nein, der ist, glaube ich, für mich tödlich, aber... Hat jemand Stöcke dabei? Ja. Marcel, ich würde sagen, du übernimmst einfach die Sicherung des Schiffes. Du kannst mir mal abschlecken. Also, es sollten zwei Leute die linke Seite des Schiffes nehmen. Ja, das mache ich mit Redwit. Okay, dann nehme ich die rechte Seite. Dann passiert mir nicht so viel. Wir sind aber sechs. Die Rechnung geht meines Erachtens. Ja, ich decke vorne ab. Also, ich bewach den Eingang. Einer kommt mit mir nach oben. Wer geht mit mir nach oben? Keiner. Das ist gut. Am besten gehen nur zwei nach rechts und nach links. Die anderen müssen irgendwie warten, weil sonst wird es ein heilloses Durcheinander und wir schießen uns am Ende noch da drin. Ja, ich sage ja schon, ich bleibe draußen und halbe Wache. Ja, das wäre gut. Wenn ein anderer Spieler kommt und euch überrascht. Dann bleibe ich auch noch draußen. Ja. Bleibst du auch draußen? Okay. Dann gehe ich rechts. Schoko links. Wer geht jetzt noch mit Schoko und wer geht mit mir? Nee, ja, ja. Der Joanna muss noch mit und dann der Micha. Ja, wer geht jetzt mit Schoko und wer geht mit mir? Joanna kann sich nicht äußern. Ich gehe mit Schoko. Okay, dann muss Joanna mit mir gehen. Ja. Du bist da vorne? Ah, mit Joanna, würde ich sagen. Aber ich pack sie jetzt um. Joanna, ich bin rechts, gehe direkt den ersten Eingang rein hier. Wo ist sie denn? Ähm, willst du von hier oben? Hier, hier. Hier. Du hast das Schiff im Blick dann? Ja, ich gehe gerade auf Position. Ich versuche es gerade. Am besten langsam gehen, weil wenn du hier irgendwie durchglitzst. Na, hier kannst du schnell laufen, aber die Treppen und die Leitern und sowas langsam hochgehen besser. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ah, hier. Hilfe, ich glitz schon in den Stein rein. Ich weiß nicht, wenn es so gute Idee ist, dass du auch noch an dein Schiff gehst. Weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Die verläuft sich, ich kann nichts sagen dann. Ja, wenn... Nee, die bricht sich wieder die Beine. Da lagen Handschuhe, falls jemand mag. Oh, Joanna glitz hier fast durch die, durch die, äh, durch, 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 äh, das Geländer. Schön langsam laufen, Joanna. Schön aufpassen. Wer hält hier noch mit Wache? Der rettet. Hast du ein Scope drauf? Ja. Willst du lieber nach hier oben gehen? Ja, ich bin halt immer link. Ich hab noch keinen richtigen Punkt gefunden. Weil... Also von hier oben hast du auf jeden Fall die Umgebung gut im Blick, ne? Hier hinlegst. Genau. Ja, ich weiß nur nicht, in welche Richtung. Einer kann zum Schiff gucken und... Ja, ich stell mich zum Schiff hin. Und guck dann, äh, hinter dich. Aber das sieht hier alles so gelootet aus. Warte mal, ich guck mal. Hier liegt, äh... Hier liegt ne SKS. Wer braucht die? Joanna. Joanna braucht, glaube ich, noch ne große Waffe. Hier, Joanna, nimm die. Das ist für dich, SKS. Ich warte, bevor du die nimmst, ich guck mal, was ist für eine Munition, dann kann ich dir die vielleicht geben. Äh, 930er, warte, ich guck mal eben schnell. 930er. Ich hab noch 20 Schuss über. 930er hab ich auch 20 Schuss, ich kann's aufnehmen. Die musste dann... Ja, dann gibst du hier. Ja. Genau, warte. Ich werde ganz oben aufs Schiff gehen, nicht... Ja, ja, ja. Wir wissen, wohin. Hier. Ich hab dir die hingelegt, hier, wo ich bin. Genau. Müsstest du jetzt eigentlich sehen können, oder? Also, mir zeig dir die Scheiße nicht mehr an. Keine Ahnung. Ey, seh dich gar nicht mehr hier draus. Jetzt siehst du mich. Mir zeig dir die Munition nicht an. Der hat die Munition gelöscht, die Scheiße. Eigentlich müsste er... Vielleicht hier, jetzt, 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 glaube ich. Ja, hier, wo ich bin, genau wo ich bin, Joanna. Jo, die musst du dann halt da drüber legen. Und dann laden. Wenn hier ein Spieler kommt, wird er schießen, oder? Was, wen willst er schießen? Wenn hier ein Spieler kommt, direkt erschießen. Direkt erschießen. Nicht fragen, erschießen. Er kommt drauf an. Ja, nix kommt drauf an. Es sei denn, es... Wenn er keine Waffe hat, oder so. Ja, und? Oder nur eine Axt. Ja, und? Kann uns trotzdem töten. Oder wie sagst du ihm, dass er stehen bleiben soll? Ja. So, hast du... Joanna, hast du? Nichts? Ja. Kriegst du die Jacke hier aufgehoben? Hat die Wand geglitscht? Ähm... Okay, so. Joanna, wenn du hast, lauf mal zwei Schritte vor. Wenn nicht... Okay, dann komm mal mit. Marco, dein Standort? Nö. Äh, ja, ich... Weiß ja, wenn ich jetzt gehen soll, mit V überzusteigen, aber ich... Laufen und Laufen und Laufen und keine Stadt muss hier. Hörst du, scheiße. Okay. Was, glaub ich, eh nix rein ist, hey. Einfach mal die Räume so ein bisschen abgehen. Und dann, äh, ja. Wo? Braucht jemand einen Feuerwehrlöscher? Gott nicht. Ehrlich nicht? Der ist auch nur ein bisschen kaputt. Hab schon einen Schlauch dabei. Ehrlich? Der war so flach, der hat sogar den Marcel nicht verstanden. Na doch, ich hab den verstanden, aber... Diesmal wollte ich versuchen, das Niveau dieser Sendung ein bisschen hoch zu halten. Naja. Hat nicht ganz geklappt. Äh, Joanna, bist du da? Brauchst du dich aber was? Den nehm doch gar nicht auf, oder? Natürlich nehm ich auf. Ach, verdammt! Missverständnisse über... Wo ist denn Joanna denn jetzt grad? Äh. Joanna, bist du jetzt tatsächlich hoch oder runter gegangen? Warte doch auf mich, sonst... Wahrscheinlich ist sie geflüchtet, als er es nicht mitgehört hat. Ah, da. Ist... Äh... Warte, ich guck mal eben kurz hier rein. War das? Ähm... Warst du jetzt grad unten, oder warst du nicht unten? Okay, okay. Du warst noch nicht unten, gut. Dann gehen wir runter. Boah, Alter. Ich hab gleich keine Schuhe sollen mehr. Nein, wenn ich so weiterlaufe. Geht's? Wollen wir was zu essen hast, oder? Ah, Joanna kommt, glaub ich, nicht runter. Das ist verbuggt. Ah, jetzt, okay. So. Du nimmst, ähm... Du nimmst die rechte Seite hier, die rechte Seite der Räume, und dann treffen wir uns in der Mitte hinten. Also, ich komm wieder aus der linken Seite raus jetzt. Okay. Und wenn du was hast, kannst du ruhig aufnehmen. Also, wenn du was findest. Und vorsichtig, weil hier ist, äh... Ist Saga, ist ja schon hoch. Ich komm dir jetzt entgegen, Joanna. Oder müsste ich dir, wenn du jetzt in Räume warst? Ah. Hier ist ein Helm, und hier ist, äh... Joanna, du hast schon, äh... Hast du schon einen Rucksack, Joanna? Ja, hat sie. Alarmrucksack, ne? Vom Triff an, wie groß? Ja, ich rede von, äh... Perversen Rucksack. Also, wo die Kinder dann hinterher eingesperrt werden. So, Schuhranzen. Genau. Ähm... Noch eine Etage tiefer brauchen wir nicht, da ist nichts. Leides bin ich, der aus dem Schiff rauskommt. Ich hab ja gesagt, ich komm raus aus der linken Seite. Da lass... Na, lass doch mal eine Etage hochgehen, Joanna. Eine liegt da vorne im Tümpel. So. Ich bin gegenüber auf dem, äh... Ah, das bedeutet direkt noch ein Hör. Ne, ich werde Stellung da oben auf den Berg beziehen, sag ich mal. Da bin ich ja. So. Dann werde ich weiter vorne Stellung beziehen. Da ist der... Da seh ich ja schon, aber... Du kannst aber auch von der anderen Seite nochmal... Ja, aber hier oben bist du doch nicht, oder? Ja, kommt da raus. Oder? Wir können doch einen hoch, Joanna. Wir können doch einen hoch, weil hier ist nichts. Da bist du. Ja, Rett, ich geh auf die andere Seite gucken. Ob jemand kommt. Da ist aus. Was ist denn hier los? Das ist gar nichts. Das ist alles gelootet worden hier, ey. Aber ich geh davon aus, auf unserer Stadt, da hinten, die, wo wir, ähm, uns getroffen hatten... Wir lassen uns nochmal eine Etage hochgehen. Vielleicht ist da eine Waffe oder sowas. Aber hier liegt was. Hier liegt eine... Oder? Ist das ein Bug? Äh, liegt da nichts. Ähm. Aber vielleicht liegt hier oben eine Waffe oder sowas. Könnte möglich sein. Was haben wir denn da? Äh, äh, halfter, aber halfter für dich hier. Der ist für dich, genau. Und, wer brauchen wir? Ein Seil irgendwo? Weiß ich nicht, ob wir ein Seil brauchen. Aber sonst ist hier nichts, Leute. Also, hier ist nichts. Eine Wasserpulle, oder? Ne, doch nicht. Ich geh mal ganz da rum. Ah, hier. Okay, da ist was. Das ist interessant. Ähm. Braucht noch jemand eine Handfeuerwaffe? Für Mosey... Ne, ja doch. Für Mosey wäre vielleicht eine ganz gute Revolver gefunden. Welche hast du denn gefunden? FN-X-4-5. Also, ich hab noch keine. Ja, dann kriegst du... Die hab ich noch auf Reserve, nur halt ohne Magazin. Ja, dann kriegst du die FN-4-6. Die hab ich jetzt grad gefunden, weil... Aber warte mal, die, äh, Joanna hat glaub ich auch keine. Joanna von... Joanna von... Wollte ich grad sagen, Magnum hat sie von mir bekommen. Ah, okay. Jetzt hat sie ein Halfter dazu, passt. Okay, dann gehen wir jetzt wieder runter, vorsichtig, Joanna. Vielleicht hören wir nur noch Krack. Ja, das wäre nicht gut. Paranoid. Hallo? Hallo? Ah, hi. Äh, auf welchem Server seid ihr? Ähm... Warte mal, adde mich mal in... Warte mal meinen Namen. Da geendet hast du noch... Hier, Joanna, Joanna, hier, hier. Hier nach, Joanna. Boah, das sieht so schrecklich aus, ne, wenn man... Oh, 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 oh. Gib mir keinen Herzinfarkt, ich bin ein alter Mann. So, und jetzt hier runter. Vorsi, ich hab dir den... ...weißt du ihm zugeschickt? Ach, ja. Ist das so wie jetzt im Spiel, oder was? Nein. Wie denn? Du kannst bei Steam Leute hinzufügen. Ah. Annehmen und dann einfach mit Rechtsklick auf den Freund machen und dann Spiel beitreten machen. Ja, er muss jetzt erstmal mir eine Anfrage schicken, weil ich... Achso, du hast... Ah, okay. So, wir haben's, glaube ich, überlebt. Wir sind gleich draußen. Ja, wir kommen jetzt raus. Jo, hier draußen ist alles ruhig. Ja, ich hab'n Sonnenbrand. Ja, ich auch. So, Redvid, wo bist du für die Handfeuer-Waffe? Oben auf dem Berg. Geradeaus hoch. Ah, bist du am Judeln? Oh, oh, ich komm mal runter. Leute, ich hab hier eine ganz komische Meldung. Ganz neu. I'm feeling hungry. So, warte. Ey, ich hab gleich meinen ganzen Nahrungsvorrat in 5 Minuten aufgebaut, oder? Ich guck erstmal, was für eine Munition. Der braucht 540er. Äh, null... Hab ich nicht sogar noch was? Ich hab, glaube ich, auch 540er. Natürlich hab ich 540er. Ich hab sogar einen Ziv. Hier, kannst du alles haben von mir. Jetzt zwei am Hügel. Habt ihr mich ein bisschen im Blick? Ey, warum schubst du mich weg? Bleib einfach liegen, bleib stehen, dann kriegst du die Munition. Die kommt später. Die ist echt spät. So, muss ich in DayZ. Kannst du jetzt auf den Serverbrowser gehen, dann auf Freunde, sonst... Hat er ne Visierung für die Waffe gehabt, auch? Leute. Ja, bitte. Ich fällt grad ein, wir müssen gleich nochmal zurück, ne? Ja, natürlich. Wir müssten ihn ja wieder abholen, theoretisch gesehen. Das ist ja das, was ich sagte. Dann hätt mal Marco auch abholen können. Ja, ärger dich. Ich lauf grad so ein Ding ans... Zum Schiff? ...die ganze Zeit. Wenn du zum Schiff läufst, wäre natürlich perfekt. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich bin, weil hier ist nirgends wo ein Stab und nirgends wo ein Schild. Und kein Wasser auch noch was. Soll ich den beiden entgegen gehen? Na, ne, wenn, dann gehen wir alle, oder? Ja, wie können wir dann geschlossen? Ja, das Problem ist, wir brauchen noch was zu futtern. Und, äh, sowohl, äh, Hosi... Hosi war richtig, ne? Das hängt dann schon bei mir. Was muss ich denn einstellen, damit's ein bisschen flüssiger läuft? Äh, du gehst auf, äh, Konfigurieren, Video, und dann Gesamtqualität runter... ...dagegen nicht auch die Sichtweite runterstellen, kannst du auch... Eine fehlt. Ja, die Proana fehlt mal wieder, glaub ich, oder? Da unten läuft sie doch. Ah. Umdrehen. Oder? Bin ich mal um? Geh den Berg hoch. Ja. So. Ja, ich würd sagen aber, dass wir vielleicht schon, äh, zwei, drei Leute vorlaufen, oder? Ja, dann. Mal Nao besorgen. Ja, dann lauf ich vor, du und, äh, Schoko. Ja, ich brauch eigentlich nur noch einen anderen, der mir mit ein bisschen Gleitschutz gibt. Ja, dann geh ich mit denen runter und ihr geht vor. Dann nehmt ihr die Joana mit hoch, dann gehen der Micha, ähm, Grimm und ich runter. Ja, ich bin grad noch kurz an... Ob das Sinn macht? Ja, wir müssen dringend Essen finden, das ist das Problem. Weißt du, wir kriegen jetzt noch jemanden, der, äh, auch direkt Hunger haben wird. Erst wenn sie einfach von alleine Richtung Schiff laufen. Oh, sie spielt das Spiel grad zum ersten Mal, das wollte ich mal erwähnt haben, ne? Eben. Das sieht aus wie so ne Touristengruppe hier, ey. Nur mit Waffen. Kann ich... Liegt hier volles Essen? Ne, das ist leer. Ja, was machen wir? Also ich bin ja ein Mensch, der lieber läuft, als durch die Häuser durchgeht. Wenn da noch jemand Pepsi, Bier, Sprite... Dann geh du doch zu... Ja, Marcel, dann... Dann du mithelfen. Leitschutz geben. Ja, dann geh ich mit, äh, mit, 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 äh, Grimm und, äh... Und... Reicht doch. Ja, wir brauchen eigentlich... Also ich brauch nur noch einen dabei. Ja, dann geh du mit Marcel. Alles klar. Marcel, kommst du mit? Oh, das war das. Ja, Marcel. Ich hab mich verdrückt. Ähm, ja, ne, ne, zu zweit? Weiß ich nicht, ja. Ja, ist lang doch. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Wir sind teilweise... Vor allem, ihr kriegt ja ja Verstärkung. Ihr kriegt ja noch Verstärkung. Ja, Marcel, wie viel Essen hast du noch dabei? Ich hab fast gar nichts. Ja, bei mir ist es nämlich auch noch so knapp. Ich hab jetzt noch 21% Spaghetti und halt trinken. Ich hab noch fünf Dosen dabei. Ja, dann gib mir mal eine Dose oder sowas. Ja, Redwood, kommt mit uns mit. Ja, ich geb noch zwei Stück raus. Ja, für jeden eine. Das sollte lange sein. Und ich leg die hier hin. Hier neben dem, der da so rumspackt. Ja, also mir braucht man kein Essen, Kim. Ich hab eigentlich dabei, was ich brauche. Das ist nicht so schlimm. Ja, genau. Da müsstest du irgendwo gleich auftauchen. Ich hab noch Reis. Ich hab noch zwei, drei Dosen. Das ist okay. Das reicht. Bei mir ist eher das Trinken, was nicht da ist. Aber das ist schon okay. Johanna muss sich irgendwie melden, wenn sie irgendwas noch braucht. Gut. Wer ist jetzt... Wer geht jetzt mit mir? Dann kommt mal bitte einer, der mit mir geht hier runter und zu dem blauen Rucksack, der mit mir läuft. Ah, hier. Ich nehm für uns beide die Dosen, ne? Ja, ja, genau. Wenn du da was brauchst, dann sag einfach Bescheid, dann geb ich dir deine Dose. Gut. Ist der andere denn jetzt gejoint? Wie heißt der denn, wenn ich mal fragen darf? Rudi. Ja, Johanna und mich zu uns. Rudi? Rudi. Hey, Marcel. Ach, Rudi. Ja, Rudi. Ja, dann komm, lass Abflug machen. Komm. Genau, ihr beide geht jetzt mal. Aber dann nehmt für alle Essen und Trinken mit, ne? Also wirklich alles mit. Ja, natürlich. Ja, wir nehmen alles mit. Gut, dann Abflug. Johanna, kommst mit uns? Folge dir und decke dir deinen Rücken. Gut. Bescheide dich. Oder wir bleiben hier. Ja, Johanna, geh mal mit Bluten. Genau. Ist besser, weil sie ist mehr oder weniger noch nackt. Ja. Was, du? Was ist denn hier? Das hört sich so falsch an. Das hört sich einfach so falsch an, ne? Was? Ja, sie ist mehr oder weniger nackt. Ich möchte jetzt dazu nichts sagen, denn ich habe... Ich habe meine Frau im Bett liegen. Deswegen sage ich jetzt nicht mehr dazu. Auch mal, der will ja nackt. Bist du froh, Schoko? Ja, kann ich machen. Du rutschst hier über den Boden, ne? Echt jetzt? Ja. Hä, aber warum? Ich laufe die ganz normal. Ich habe auch keine rote Kette. Baudi, bist du schon gejoint? Ja. Okay, du musst... Du musst da lang laufen... Du musst so lang laufen, dass du das Wasser auf der rechten Seite hast. Genau. Richte dich mal mit Marco ab. Ich laufe doch schon in die Richtung. Ja, ja, passt. Du bist wahrscheinlich... Kurz was trinken. Äh, hast du gehört, Hudi? Jo. Ja, ja. Oh, komm, trink doch mal was hier, du Lappenbeinster. Aber das musst du mir sagen mit dem trinken, weil... Habe ich doch gerade gesagt, ich trinke jetzt was. Ja, aber du meinst es dann, hast du gehört, Hudi. Okay, vier Mann, passt. Mach schon mal wieder was essen. Er meint schon wieder, er war hungrig. Ah, hier. Irgendwie trinkt der gerade nicht, ja egal, komm weiter. Achso, der ist ja noch, stimmt ja. Ja, warte, dann bin ich fertig. So, ich lass die Knarre aber auf Anschlag, das heißt, ich bin etwas langsamer. Ja, ich hab's da auch im Anschlag. Aber wir können ja trotzdem sprinten da rein, ne? Ja, ja, aber der sprintet dann langsamer. Bei der M4A1. Äh, wo gehst du hin? Es ist so, dass ich weiß, wo wir hinlaufen müssen. Wenn ich nämlich am Heli bin, dann weiß ich wohl, wie ich in die Stadt komme. Aber wir müssen doch hoch in die Stadt. Weiß ich doch, deswegen renne ich zum Heli, dann kann ich die Stadt nicht verfehlen. Ich will hier nicht falsch laufen. Du musst doch nur hier... Das verstehe ich nicht, was du machst. Du musst die Schienen entlanglaufen. Äh, nein, ich will doch nicht in die Stadt. Ja, da gehen die anderen aber von aus. Nein. Doch. Ich wollte in die Stadt unter dem Erd fielen, weil wir da doch den Ries... Da haben wir doch den Ries, da haben wir doch den Ries, den Supermarkt. Ja, aber die wissen nicht, wie sie da hinkommen. Wir müssen erst mal in die obere Stadt laufen. Ja, vor allem Leute, läuft jetzt nicht zu weit. Wie gesagt, wir haben jetzt nur zwei Dosen zu essen dabei, ne? Eben. Ja, die ist doch näher dran als die andere. Nein. Doch, natürlich. Ja, geht doch erstmal... Geht da dahin, ist doch nicht so schlimm. Ich finde den Weg schon da irgendwie hin. Ich nehme da niemanden mit, passt schon. Jetzt sind... Ja, wo bist du denn, Redfield? Ich stehe an den Gleisen. Rechts an dir. Marco, wo bist du jetzt? Ich sage schon was, wenn ich was finde. Ja, aber... Ja, von mir aus, da gehen wir halt in die Stadt. Ja, von mir aus, da gehen wir halt in die Stadt. Nee, dann geht doch ruhig dahin, wo ihr hinwolltet, grad. Ja, gut, okay, dann gehen wir... Ja, meinst du, das schaffen wir bis dahin? Ja, natürlich schaffen wir das. Okay. Ich meine, der Weg ist nicht schwer. Die müssen ja nur zum Heli und dann geradeaus, geradeaus, geradeaus. Wo ein Heli ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, Mann. Irgendwie werde ich das schon finden. Ich werde einfach einen Weg hochlaufen, dann werde ich auch in die Stadt kommen. Geht immer fort. Hody, wenn du gleich in der Stadt bist, sag mal Bescheid. Ich weiß auch nicht. Ja, ich muss erst mal hinkommen. Also, wenn du irgendwie Kräne siehst oder sowas, dann bist du schon daneben bei uns. Marco, wo bist du? Weil wir sind wirklich, wir laufen wirklich am Wasser lang. Ja, ich auch. Bin wohl irgendwie unten gespawnt. Eine Weile runter. Aber ich komme jetzt gleich hier zu so einem Schornstein. Schornstein? Den sehe ich schon eher näher. Und Schornstein sehe ich auch. Ja. Läufst du unten am Wasser oder oben am Wasser? Wie meinst du unten am Wasser oder oben am Wasser? Wir laufen direkt am Strand lang. Weiter. Achso. I want to eat something. Was ist los bei meinem Charakter, Mann? Alter Schwede. Fressen kann man doch nicht sein. Nee, ich esse jetzt nichts. Sonst haben wir gleich nichts mehr. Ich habe genug, also du kannst ruhig essen. Mir ist das egal. Da rennt einer. Rennt doch einer von euch gerade zum Wasser. Ja. Wir sind aber zu zweit. Wenn du zwei Leute siehst, dann... Nee, ich sehe nur einen. Könnte Marco sein. Was? Marco, läufst du gerade zu Wasser? Ja, ich bin jetzt hier am Strand. Guck mal hinter dich in den großen Felsen. Ob du nicht weggehst. Äh, halt falsch. Wir müssen da lang. Marco hat schon mal den anderen gefunden. Das ist schon mal gut. Richtig? Oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann nicht auf dem Desktop, sonst... Doch, das müsste richtig sein. Ich will mir ein, das passt, wenn wir den Weg folgen. Wahrscheinlich. So, seid ihr das? Habt ihr euch gefunden? Ja. Gut, dann müsst ihr jetzt hier weiterlaufen. Wir sind gleich da. Hä, wie mache ich das? F-Tasten. Drückt halten. Ich muss mal ganz kurz essen. Ganz kurz essen und trinken. Warte mal. Brauchst du deine Dose? Ich hab, ich hab, ich hab alles. Keine Angst. Ja gut, für Hody ist die eine Dose dann... Ja, ja, kannst du ruhig geben. Pass schon. Den hab ich auch noch ne Water Canteen dabei. So. So. Was geht? Ich denke, jetzt mal ne Pepsi. Wo müssen wir, Marcel? Immer diese scheiß Noobs, die mal alles aufhalten hier. Also, wir sind auf der... Warte mal, was soll ich euch? Ja, wir müssen ums Becken rum. Ja, wir müssen um so ein Becken rum jetzt laufen. Okay. Haltet euch schön am Wasser rechts, schön dran halten, ja bitte? Halt schon in Erinnerung. Kurz auf die Map schauen. Zum Schiff, ne? Immer noch laufen. Ja, aber bitte am Wasser langlaufen. Okay. Weil da kommen wir jetzt. Wir wollten nicht durch die Stadt direkt durchlaufen, das wär ein bisschen doof. Weil wenn uns da jetzt gleich jemand entgegenkommt oder sowas... Okay, die meisten sind von uns, aber... Äh, Joanna hat grad durchgegeben, dass du gleich aufhören musst. Okay. Das heißt, wir müssen versuchen, dass du sie irgendwo sicher... Oh, dann... Laufen wir mal recht hochschiffen. Päusche ich mich, aber das müsste doch der Weg sein, Redwood, oder? Äh, du, ich hab momentan... Hast du da, Schattenboxen? Ja, muss ja gucken. Ja, zack. Mensch, halt anhalten. Weck mich mal, ich schau nach. Warte kurz, ich muss jetzt hier wieder einen Cut machen. Warte mal eben kurz, ich mach mal eben hier einmal auf. Jo, warte mal. Vielleicht ist da was drin, ne? Da ist... Hier, guck mal, da ist schon was für die anderen drin. Das heißt, wenn wir zurückgehen, dann können die sich das hier aufsammeln. Ja, ich kann denen das auch grad mitnehmen, ne? Ja, oder so. Okay, erstmal... Das war's von Let's Play DayZ. Ich bedanke mich bei den anderen. Abonnieren, liken, teilen. Und, äh, die Frage stellt sich einfach nur, äh, finden wir was zu essen? Hört der ewige Hunger auf? Und, äh, finden wir die anderen. Ich bin raus. Tschüss.